Gut, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fall, nein nicht zu einem neuen Fall, aber zu einem neuen Part von Let's Play L.A. Noire. Gut, wir haben das letzte Mal, ich habe das letzte Mal ziemlich versagt hier. Und jetzt frage ich mal, ob es beim zweiten Interview vielleicht besser läuft. Ja, ja, und jetzt will ich den zweiten Interviewraum finden und der steht immer noch auf dem Sessel. Was soll das, du Affe da hinten? Seht ihr den? Verpackt, verbpackt, verbpackt. So, wo ist unser zweiter Interviewraum? Da, ich glaube da, ja richtig. Genau. Hey, lass. Das nächste Mal passe ich besser auf. Das nächste Mal ist jetzt. Los. Das ist falsch. Das weiß ich. Auch weil der andere das gesagt hat. Hm. Das Buch passt. Ich glaube, das hätten wir nämlich letztens noch fragen können. Lüge. Na ja, sie hat ein Buch von dir, deswegen gilt das. Äh, Buch. Sag ich doch. What? I的 �f. I did no such thing. That bitch stole that book from my apartment. The impudent fucking moron. And that made you angry? Angry? Denkst du mich? Das ist auch falsch, das sehe ich jetzt schon an seinem Blick. Schauen wir mal, was für verwendete Ringe, Obdachlosigkeit, fehlender Ring, Handtasche, Todeszeitpunkt, zerrissener Brief. Moment, haben wir in McCaffrey's Apartment gefunden, das heißt, er war zum Tatzeitpunkt dort. Sicher. Habe ich noch andere Beweise, die das beweisen könnten? Nein. Hm, naja, das ist nicht unbedingt ein Beweis für die Uhrzeit. Ja, ich glaube, das ist ein guter Beweis. Nehmen wir das. Wow, wie schaut der denn dran? Sag ich doch. Zurissener Brief. Jawohl! Es läuft schon besser. Ach, sehr gut. Ach, sehr gut. After you were done beating Evelyn, you searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you. I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. Mother. So what was it was on your writing desk? I don't know, but if I didn't put it there, there's somebody else in it. Ich sag... Ich sag doch, er war's. Zugang zu Ratmutterschlüssel. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment and the note from her mother and your bloodstained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Das stimmt aber. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich bin wie überfragt irgendwie. Upsa. Falsch. Öff. Job. Obdachlosigkeit. Verletzung an der Haut des Opfers. Der ist was dumm dran. Nein. Darmhandtatsch. Todeszeitpunkt. Ein Brief von Evelyn. Teil davon. Lippenstift. Buch. Schnapskauf. Radmut und Schlüssel. Thiemens. Anschuldigung. Das vielleicht. Oder das. Das haben wir ihm doch gerade gesagt. Gilt das als Beweis? Ich weiß nicht. Ich mach einmal. Lüge. Lüge. Der lügt doch nur. Ich glaube nicht, du Grosvenor. Die Beweisung sagt, dass du sie sie töten. Du kannst prüfen, dass ich Evelyn töten wollte. Dum 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 dum. Sag ich doch. Thiemens Anschuldigung. Ah yeah. Yeah. Ich bin so gut. Yeah. Tiernan ist bereit, zu testifieren, dass du Evelyn's Leben in seiner Presence verletzt hast. Das gleicht hoffentlich aus, das von vorhin. Okay. Ich level mit dir. Tiernan hat Evelyn töten. Er kam zu mir für Hilfe. Ich hörte ihn an, und er erklärte, warum er es nicht getan hat. Tiernan ging zu dir für Hilfe. Du erwartest mich, das zu kaufen. Das ist so, dass es sich runterging. Ich sagte ihm, er hat einen schrecklichen Fehler gemacht, aber er würde sein Leben wegwerfen, wenn er zu den Kampen ging. Ich nahm seine Dinge und sagte ihm, dass ich sie auszutauschen würde. Aber du hast es nicht. Habt ihr Tiernan. Er wird es nicht verletzt. Jawohl. Selle ich doch. Und jetzt vorher verlassen, oder? Es wird es eher du oder Tiernan, Grosvenor. Mach es so, Detective. Die Party hat gute Lawyers. Jawohl. Kann ich mich jetzt entscheiden? Oh, nicht schon wieder. Hab ich hier noch irgendwas zu zeigen? Los. Und diesmal sagst du sogar, dass ich das zu wählen darf. Ah, ich mag keine Entscheidungen. Ich mag keine Entscheidungen. Ich drehe mich nochmal im Kreis. Okay. Kann ich nochmal... Ich rede nochmal mit dem anderen, weil jetzt habe ich ja die Beschuldigung als neuen Beweis, oder? Jetzt kann ich sicherlich nochmal mit ihm reden. Bei ihm war ja auch die Beschuldigung so. Gehen wir mal zu dem anderen nochmal und reden mit ihm. Sag ich doch. Dann denke ich, wir werden es geschafft. Klar. Geh'n. So, Evelyn passierte. Und du schickst. Was passiert dann? Ich wachsend in der Morgen. Mary schickte. Ich dachte, Evelyn würde wieder zurückkommen. Das ist scheiße. Wir haben jetzt die Entschuldigung von ihm. Jetzt kann ich ihn ja der Lüge bezichtigen. Ich weiß, dass du liebst, James. Du warst raus, zu suchen. Sag mir, was wirklich passiert. Ich weiß nicht, was du sprachst. Wie kannst du sagen, dass ich nicht in der Hotelruppe war? Nee, ich sehe scheiße aus. Es ist so offensichtlich, weil er uns seit dem Beweis gerade gegeben hat. Du warst auf dem McCaffrey's. Du warst noch unglaublich krank. Du warst auf dem Boden. Es ist Zeit, mir zu erzählen, was wirklich passiert ist. McCaffrey Woke me up The next morning And he showed me the lug wrench And the letter And the box And He said I came in with him last night He said that I killed Evelyn And that it was all over the radio And that he would protect me And I don't know, Detective, for the life of me I can't remember a goddamn thing I was angry with her Really angry I could have done it Wasn't me Warm Wait here Damn it Ich glaube, er war es The McCaffrey Oder so'n Scheiß No guns Was? Sind das nicht die, die wir kennen? Hey, das ist sogar der Das ist die, die wir alle eingesperrt haben Das kann nur ganz gut möglich sein Den Autos Hab ich noch nie gesehen Und da ist er unser Friend Seid ihr behindert? Okay Geh mir aus dem Weg Ich hau ab Gut, kann ich noch mal mit dem anderen reden? Weil, bevor ich dann Urteil fälle Es könnte ja sein, dass ich noch mal mit dem anderen reden kann Wollen wir hin und her rennen? Ist doch behindert Ah, hab ich sonst nichts mehr? Na gut, schwere Entscheidung Na gut Ich sage einmal Ich treffe diese Entscheidung das nächste Mal Um es ein bisschen spannender zu machen Ich bin euer WillShadow77 Und das war's Bis dann